Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map und zwar heißt diese Map Puzzles & Powers und ich glaube mal, das ist echt eine mega schwierige Map. Wir haben hier wieder verschiedene Jump Runs am Start. Wie das genau aussieht, was da so für Blöcke da vorne sind, das werde ich euch natürlich gleich zeigen. Zu Anfang, wir spawnen hier, haben einfach nur ein Information Book bekommen und das habe ich mir natürlich schon so ein bisschen durchgelesen und wir bekommen hier einfach verschiedene Blöcke, das werdet ihr alles noch gleich sehen, die verschiedene Effekte haben und somit müssen wir halt die Jump Runs machen. Ich bin jetzt im Level 1 und you can't have more than powers at once. Okay, ich bin noch jetzt im Level 1 und anscheinend, das geht hier noch nicht, müssen wir, sollen wir mal resetten? Komm, wir resetten das einmal und wir gehen dann mal hier durch, Level 1 und jetzt, okay, habe ich den Jump Boost hier bekommen. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf und ich kann somit hier hoch und wir müssen hier weiter, deswegen ich muss jetzt mal wieder diesen Block hier nehmen. Also es geht nur mit diesen Blöcken hier und die haben auf jeden Fall verschiedene Effekte. Speed jetzt zum Beispiel, ich muss hier schnell rüber und, oh shit, das hat schon mal alles fast 3 geklappt und kann ich mir hier, okay, ich kann nur eins nehmen, Jump Boost oder Speed ist die Frage und ich glaube mal, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht, ich glaube mal, so, oder warte, komm, ich nehme kurz Jump Boost. So, das ist jetzt wieder weg, Speed ist, glaube ich, hier besser und ja, es hat geklappt und you can now have up to two powers at once. Okay, das ist sehr nice, das heißt, jetzt kann ich zwei Blöcke mir nehmen und so funktioniert auf jeden Fall das Prinzip von der Map, ist auf jeden Fall echt mega nice und so, Speed und Jump Boost habe ich jetzt, wir müssen da hoch und wie soll ich das jetzt am besten machen, soll ich erst Jump Boost nehmen oder Speed? Ja, komm, ich mache es einfach mal, okay, so, das war nix, dann kann ich hier wieder mit Jump Boost hoch, das geht eigentlich auch relativ easy. So, das drücke ich jetzt mal und, Alter, das ist schon echt, oh shit, okay, klar, ich kann zwei Sachen nehmen. Das ist echt schon schwieriger, als ich dachte. So, und jetzt vielleicht, okay, ich habe es geschafft und das war erst das erste Level. Oh shit, Freunde, wir sind hier bei Minute 1, 10 Sekunden und was ist das hier? Levitation. So, da kann ich vielleicht mal hier hoch und es hat perfekt gereicht, so, ohne dass ich irgendwie springen musste und ich glaube mal, ja, das reicht jetzt nicht mehr ganz. Dann muss ich einfach springen, so, hochklicken, äh, beziehungsweise einfach klicken, genau. Und jetzt habe ich wieder Jump Boost bekommen und ich glaube mal, dass die Level echt noch schwieriger werden und jetzt bin ich hier Checkpoint, Checkpoint Low Rute, nice. So, und mal schauen jetzt am besten hier drauf. Okay, und jetzt muss ich nach da vorne. Das heißt, wie soll ich das jetzt am besten machen mit Speed? Und, ja, das, nein, das schaffe ich niemals. Okay, warte mal, wir können vielleicht einfach mal, hier unten gibt es gar nichts mehr. Und hier sterben wir direkt, sterben wir hier auch. Ja, okay, hier sterben wir. Das heißt, warte, wir nehmen uns mal die Levitation und gehen dann mal hier rüber. So, den, oh shit, okay, das war nix. Also, es reicht auf jeden Fall nur bis hier. So, und ich habe jetzt, oh shit, wenn ich Speed nehme, klar, und wenn ich sterbe, dann behalte ich das. Und, warte, kann ich mir auch noch hier Jump Boost nehmen und dann auch noch, ja, nee, okay, ich kann nur zwei nehmen. Das heißt, warte mal, so, wie soll ich das jetzt am besten machen? So, Speed, ich glaube mal, ja, komm, wir verbrauchen mal Speed. So, und dann nehme ich jetzt hier mal die Levitation. Also, ich glaube, das wird echt noch ziemlich kompliziert. So, und dann gehe ich hier rüber. So, und ich glaube mal, das reicht nicht, oder? So, wenn ich jetzt hier rüber springe, doch mit, was? Mit Jumboos vielleicht? Ach, nee, klar, das ist, oh shit, natürlich, Jumboos ist ja nicht die Levitation. Oh shit, okay, gut, dann habe ich jetzt hier nochmal Jumboos genommen. Und, ich weiß nicht, so, wir müssen auf jeden Fall zu der Tür da vorne. Das ist echt schwierig, wie sollen wir das am besten machen? So, ich nehme auf jeden Fall noch mal ganz kurz das hier. Und das war auf jeden Fall Fail. So, warte, wir können am besten mal so hier die Levitation nehmen. Wir müssen, wir brauchen, glaube ich, einen Speedblock. So, dann muss ich nochmal zurück. Und, wenn ich dann hier jetzt, genau, cool, gut, dann nehme ich jetzt nochmal den Jumboos. So, dann die Levitation. Und wenn ich jetzt hier mit Speed rüber kann, ich glaube, das funktioniert so. So, dann gehe ich jetzt mal hier so mit rüber. So, und nein, fuck, ich habe gefällt. Aber ich glaube mal, so funktioniert das Ganze. So, okay, gut, dann muss ich einfach nur ganz kurz nochmal hier lang. So, Speed holen, dann wieder zurück. Dann hier auf Levitation. Also, es ist echt schon ein bisschen komplizierter. Aber es geht auf jeden Fall noch. So, und jetzt, okay, fuck, ich darf das einfach nicht. So, wir müssen hier nochmal rüber. Man darf das echt nicht zu früh, beziehungsweise zu spät machen. So, und jetzt hier Speed einlösen, rechtsklicken. Und dann jetzt nochmal. Okay, und jetzt habe ich die Levitation. Und ich denke mal, so müsste das auf jeden Fall machbar sein. Ja, und ich bin jetzt hoffentlich gleich im nächsten Level sehr schön, liebe Freunde, Level 3. Und wenn das Level 2 schon zu schwierig war, ich will nicht wissen, was jetzt gleich kommt. Und, so, kommen wir hier nochmal zurück. Das geht auf jeden Fall nicht. Kann ich irgendwie zur Seite, das geht auch nicht. Und wie soll ich jetzt hier rüber? So, ich probiere das einfach mal, ob das so geht. Aber warte, ich kann mir wieder, genau, den Speedblock hier nehmen. Hier rüber. Und jetzt bin ich wieder beim Checkpoint. So, und kann ich mir den Block snacken? Okay, das geht nicht. Und, alter, was, ich muss nach da ganz oben. Und da ist ein Checkpoint. Da ist eine Goldrohrplatte, sehe ich ganz leicht. Okay, kann ich mit dem Block vielleicht nochmal holen? Nee, das geht nicht. Aber ich glaube mal, wir müssen irgendwie... Also, wir haben auf jeden Fall Jump Boost bekommen. So, und Speed jetzt auch. So, Speed löse ich mal hier ein. So, dann mit Jump Boost hier rüber. Okay, das ging auch. So, dann hier hoch. Und ja, ich bin beim Checkpoint. Okay, bis hierhin ging es schon mal. Dann, ich weiß nicht, wie sollen wir jetzt da rüber kommen? Hm, das kann ich mir so nicht nehmen. Und hier gibt es auch keine Blöcke. Und ja, okay, gut. Aber da oben ist auch wieder Levitation. Aber, ja, was sollen wir jetzt machen? Die Frage ist... So, Jump Boost, das sollte ich nochmal ganz zurückspringen? Ich weiß nicht, warum ich da vorher nicht drauf gekommen bin. Eigentlich ist es ja relativ easy. Wenn ich jetzt hier sterbe, bin ich natürlich hier oben mit beiden Effekten. Und deswegen... Oh, shit. Okay, das war jetzt nichts. So, dann muss ich mir das wieder nehmen. Ich habe aus Versehen auf das Buch geklickt. Und jetzt muss ich einfach beides drücken. Und hier hoch. Aber, ja, so, das sollte nicht mehr so schwierig gehen. Und so, komm, hier nochmal rüber. Und dann hier einfach den Speedblock abholen. Dann diesen Block hier. So, und dann können wir hier auch schon hoch. So, beides mal drücken. Und jetzt vielleicht... Shit, ich habe nicht beides gedrückt. So, ich habe jetzt beide Blöcke. Und diesmal muss es einfach klappen. Und jetzt hier hoch. Oh, nein, das war wieder knapp. Und jetzt aber... Ja, und ich bin jetzt hier oben. So, you can now have up to three powers at once. Okay, drei Stück jetzt. Was hat das zu bedeuten? Und jetzt bin ich hier oben. Und ich muss... Ja, ich muss da ganz hoch. Oh, shit. Und da... Fuck, da oben geht es ja noch viel weiter. Sehe ich hier gerade. Okay. Und ich glaube mal, so kann ich hier nicht rüberspringen, oder? Das geht nicht. Aber da gibt es auch irgendwie keine Blöcke oder so. Und an die Seiten kann man ja eh nicht. Okay, wie soll ich das jetzt am besten machen? Ja, das bringt mir absolut gar nichts. Okay. Und ich habe noch nicht mal ein Checkpoint. Das ist nämlich ja nur so eine Druckplatte für die Info. Und deswegen. Ich muss mir mal Levitation snacken. So, und... Ja, wie soll ich das jetzt am besten machen? Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Das heißt, ich sterbe jetzt einfach mal. So, wir haben jetzt diesmal die Levitation. Und ich darf jetzt nichts falsch machen. Jump Boost habe ich jetzt auch wieder. So, nehme ich mir einfach mal. Spring hier rüber. Dann nehme ich mir wieder Speed. So, und dann hier auch wieder, genau, den Jump Boost. Jetzt habe ich drei Stück, wie gesagt, am Start. Kann wieder sterben. Und jetzt müssen wir wieder hoch. Und ich kann jetzt die Levitation benutzen. Weil ich ja da oben so wieder eine habe. Okay, das ist sehr nice. Und dann muss ich einfach... Fuck, hätte ich vielleicht... Ich hätte, glaube ich, vielleicht auch schon auf diesen Block springen müssen. Oder nee, klar, warte, Moment mal. So, wir gehen hier hoch. Und, ja, das war, glaube ich, richtig so. Ich hoffe einfach mal. Dann mit Speed hier rüber. Okay, das habe ich auch geschafft. Und Jump Boost dann einfach hier hoch. Und, nein, das war... Geht das überhaupt? Ich glaube mal, das geht nicht. Oh, shit, aber ungefähr so müsste es, glaube ich, klappen. Und diesmal mit Jump Boost, glaube ich. Sonst kommen wir hier anders nicht hoch. So, und jawohl, wir haben es geschafft. Und jetzt mit Speed hier rüber. So, das geht auf jeden Fall. Dann noch Levitation. Und die muss einfach reichen. Und sie hat gereicht. Level 4 bin ich jetzt. Und ich glaube mal, da kommt jetzt wieder ein neuer Block hinzu. Ich bin gespannt, welcher. Und hier rüber. Können wir so hier rüber springen? Ich glaube mal, das geht nicht. Okay, das ist auf jeden Fall nicht schaffbar. Und Load Checkpoint. Okay, das heißt... Ach so, okay, jetzt bin ich hier einfach wieder beim Checkpoint. Und ich kann mir... So, was ist das jetzt hier? Okay, wieder der Checkpoint natürlich. Dann kann ich einfach mal wieder hier draufklicken. So, und ich habe jetzt Speed am Start. Und dann hier einfach mal rüber. Und so, dann wieder nach unten. So, dann habe ich jetzt wieder hier Jump Boost. Und Load Checkpoint. Und jetzt bin ich... Was? Jetzt bin ich natürlich wieder ganz am Anfang. Okay, dann muss ich ganz kurz nochmal das hier nehmen. Das hier. Okay, zum Glück kann man sich drei nehmen. Aber sonst ergibt es auch, glaube ich, keinen Sinn. Und soll ich hier mit Jump Boost jetzt rüber oder Speed? Ich glaube mal mit Jump Boost. So, und dann kann ich hier mit Speed rüber. Und ja, jetzt bin ich wieder bei einem weiteren Checkpoint. Levitation. Muss ich jetzt nochmal zurück. Ich glaube, ich muss bestimmt nochmal irgendwie zurück und mir Jump Boost holen. Reicht der Jump Boost? Ich glaube mal, das reicht nicht. Dann kann ich mir das noch snacken. So, Load Checkpoint. Und jetzt das hier. Und soll ich mal mit dem... Warte, mit was soll ich jetzt hier rüber? Mit Levitation auf jeden Fall nicht, weil ich da hoch muss. Mit Jump Boost schaffe ich das aber, glaube ich, nicht rüber. Deswegen, ich muss, glaube ich, Speed und Jump Boost gleichzeitig verwenden. Und ich versuche das mal. Okay, und ich habe es geschafft. Und jetzt muss ich hier mit der Levitation hoch. Und ich hoffe mal, es reicht. Und ja, ich bin beim Checkpoint angekommen. Speed kann ich mir holen. Okay, und was soll ich jetzt hier genau machen? Ich glaube, mit der Levitation hier hoch. Und ja, okay, eigentlich hat die Levitation nur gereicht. Er hat schon gereicht. Okay, und jetzt bin ich beim nächsten Checkpoint. Und da oben geht es auch schon gleich ins nächste Level. Und dann muss ich, glaube ich, einfach das gleiche wieder machen. So, hier rüber mit Speed natürlich. Und ja, das hat gereicht. So, den Speed Block holen. Dann hier einfach wieder. So, okay, wo war das? Bloß nicht auf den anderen Checkpoint. So, Load Checkpoint. So, und dann natürlich hier wieder hoch. So, okay, Levitation. Und jetzt brauche ich noch... Fuck, Jump Boost. Okay, Jump Boost habe ich gebraucht. Das habe ich zum Glück am Start. Und ja, ich bin bei Level 5. Oh, shit. Nice, Freunde. Level 5 habe ich jetzt schon. Und was ist das hier? Oh, shit. Okay, wie kann ich jetzt... Ach, das ist... Okay, shit. Das ist einfach, ähm... Ja, die Resistenz. Und die hört natürlich auch nach einer Weile wieder auf. Oder... Okay, ja, die hört natürlich wieder auf. Oh, shit. Okay, dann... Ich weiß nicht. Hier ist wieder Jump Boost natürlich. Können wir hier wieder hoch. Und jetzt brauchen wir hier auch wieder... Ja, einfach die... Was? Oh, shit. Okay, das ging irgendwie nicht. Resistenz habe ich irgendwie die ganze Zeit. Aber... Keine Ahnung. So, wir brauchen nochmal... Komm, wir nehmen uns nochmal Jump Boost. So, spring hier hoch. Und jetzt habe ich wieder... So, jetzt kann ich hier wieder die nehmen. Und ja, jetzt bin ich hier drüben. So, ich gehe hier nochmal drüber. Muss auf jeden Fall mir hier das hier snacken. Dann nochmal Load Checkpoint. Und ich muss auf jeden Fall... So, hier mit Speed wieder rüber. Das ist kein Problem. Dann das hier wieder nehmen. Invincibility. Und ja, jetzt auf jeden Fall rüber. Okay, jetzt habe ich noch Jump Boost am Start. Und jetzt... Ich glaube mal, wir müssen hier hoch. Das hat nicht gereicht. Aber wenn ich das jetzt hier nehme... Das dürfte eigentlich klappen. So, Speed kommt nämlich vorerst jetzt aber noch mit. Kann auch nicht schaden. So, das hier. Jump Boost. Und dann hier hoch. Und ich habe es geschafft. Ja, okay. Levitation. So, gehe ich mal hier lang. Und Speed habe ich zum Glück jetzt auch mit dabei. Sonst will ich es hier nicht rüber schaffen. Man muss auf jeden Fall echt immer alles mitnehmen. Und ich bin beim nächsten Checkpoint. Und die Sache ist jetzt aber... Okay, hier ist ein Jump Boost Block. Und warte mal. Kann ich jetzt hier wieder... So, das... Ja, nehme ich mir hier auf jeden Fall. Kann ich jetzt hier wieder zurück. Das kann ich mir hier auch nehmen. Und dann zu guter Letzt das noch. Dann kann ich wieder Load Checkpoint drücken. Und dann Jump Boost und Levitation habe ich jetzt am Start. Und... Fuck. Okay. Shit. Aber das geht nicht. Moment mal. So, wir müssen nochmal ganz kurz zurück. So, da kann ich hier einfach lang springen. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch die... Ja, den gelben Block. Und das dürfte ich doch schaffen. So, genau. Indem ich einfach hier sterbe. Genau. Dann bin ich jetzt hier wieder oben. Und dann hier die Levitation nehmen. So, das hier. Und... Ich habe es geschafft. Ja, Level 6. Und was ist das jetzt hier? Okay, das sind einfach... Okay, ganz normale Blöcke. Und ja, es gibt auf jeden Fall noch echt viele, viele weitere Level. Man sieht sie auch schon. Und ihr könnt es aber selber mal gerne ausprobieren. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich einfach mal dieses Video hier, liebe Freunde. Ja, falls es euch gefallen hat. Und falls ihr mehr von solchen Maps sehen wollt, würde es mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt noch ansonsten alle Links in der Videobeschreibung ab. Wir sehen uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.